Hallihallo und herzlich willkommen heute mit Thunder Tier 1. Ist ein echter Geheimtipp für vor allem Taktik Fans, wenn ihr euch nur an das alte Full Spectrum Warrior erinnert. Ähnlich ist dieses hier, nur wesentlich schicker und mit einer richtig richtig guten Steuerung. Ich wollte euch nicht zu viel von der Kampagne pausen, deswegen gebe ich mir die beiden Tutorials durch. Die sind nämlich auch ganz spannend. Das Spiel gibt es jetzt seit Dezember 21 und kostet 20 Euro auf Steam. So, Kamera ist frei, drehbar, zoombar, wie man will. So. Bewegung tun wir Standard, VASD wie bei einem Ego-Shooter. Nur, dass wir in der Draufsicht sind. Gut. Auch die Animationen sind 1A von dem Spiel. Echt cool. Auch das Shooting fühlt sich echt an wie ein Ego-Shooter. Also man muss die rechte Maus das gedrückt halten, um es gut anzuvisieren und gut zu zielen. Ja, aber das seht ihr doch später noch. Und jetzt sehen wir dann die Gegner. Die können wir hören. So, den haben wir zum Aufgeben überredet. Jetzt wird er festgenommen. So, rechte Maustaste, damit wir ein kleines Fadenkreuz haben und dann kann man ja rumschießen. So, man hat noch Inventar. Man kann seine Klamotten anpassen, farblich und seine Ausrüstung auswählen. Man hat am Anfang nur bestimmte Punktzahlen. Ich glaube, ich habe jetzt am Anfang 24 Punkte, womit ich meine Ausrüstung bestücken kann. Aber man levelt, man kriegt für alles XP. Und man kriegt noch mehr Slot-Punkte. Man kann auch durch Hindernisse ihn durchfeuern. Jetzt noch einmal Hindernisse, wo man durchschießen kann. Oh, das waren alle, oder? Habe ich doch nicht vergessen. Da, hier ist noch eins. So, jetzt drehen wir mal eine Kamera, damit wir etwas erzielen können. So. So, dann wollen wir mal die Tür aufbrechen mit dem Lockpick. Tür ist auch physikalisch, also man kann sie auch wieder zu, drehen, drücken. Sprengung. 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 No need to worry about these two. Just a couple of recruits, hoping to get extra credit. Congratulations Operator. Your basic training is now complete. If you're ready for something more advanced, try the command training course. So, wir sind Level 2. Und auf dem Weg zu Level 3, ja nee, wir haben es sogar geschafft. Sehr gut. Also mit Türtorik kriegt man auch XP, kann man sich auch ein bisschen hochleveln am Anfang. Und jetzt geht es zum Kommando Modus. Denn wir sind ja nie alleine unterwegs, sondern haben wir mit einer Gruppe. Und die können wir echt Astreihen befehligen. Mit der Alt-Taste und einem Schnellmenü geht das echt ganz gut. Man kann auch Leute Einzelbefehligen, auch cool. Die schießen auch immer selbstständig, wenn sie bedroht werden oder ein Feind auf sie zukommt. Wie ihr es in der Stimme eben gehört habt, sobald man in diesen Alt-Befehlmodus kommt, dann ist die Zeit minimal langsamer. So, ab ins UAV. So eine Ansicht gibt es auch noch, auch ziemlich cool. So, bewegen wir unsere Alt erstmal mal hin. Und den Rest machen sie automatisch. Kein gut zielen, kein gut schießen. Und das ist wirklich eine Art und das heißt, dass wir die Alt-Taste haben. Und dann geht's weiter. Ich sehe dich. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Wir haben uns geholfen. Wir haben uns geholfen. Wir haben uns geholfen. Die Tür zu deinem right. Bevor du dich zu treffen, gibt es ein paar Türs in der Weg. Entschuldigen die Squad, um zu der nächsten Runde zu gehen. Gehen! Was ist denn, ich hoffe, dass du das gehört? Entschuldigen! 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 Eigentlich sollte ich das Ding aufheben. Entschuldigen! 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 Das nächste Öl wird verabschiedet. Es gibt einen Drittel auf der 3D! Entschuldigen! Entschuldigen sie die Drittel! Entschuldigen die Drittel! Entschuldigen wir! Entschuldigen wir! Das war's für heute. Eigentlich sagst du. Ich muss es freilassen. Dann können wir es jetzt überlegen. Dann können wir es noch ein paar Worte machen. Wir sehen uns wie du in der Killhouse machen. Gehen Sie in der Armoury. Geh zu den Armoury. Geh die Wehre, die du möchtest. Verworte die richtige Ammo aus der Kraten. Und sicher, dass du ein Runds mitgebracht hast. Du bist bereit, um zu der Killhouse zu gehen. Keine Worte, es ist nur ein Name. Und das sind die Pantrennen. Unter der Nähe von allen Enemien. 2 auf 4 Target neutralized Move out Roger that Contact Tango down I have a visual Eyes on Visual Looks like your squadmate has been wounded Help them get on their feet Na, wer lebt der jetzt wieder oder nicht? Oh, er wird sogar zurück Switched Okay Na, zumindest brauchen wir erstmal den ersten Hilfekasten Ja, eigentlich will ich wiederbeleben Oh, jetzt macht das They're badly hurt Search that fallen enemy for a medkit And equip it Now use the medkit to heal your squadmate Now that's what I call teamwork Excellent work operator You're now ready to command a unit in the field Good luck And make us proud Ja Das ist das Spiel Thunder Tier 1 Ich find's auf jeden Fall richtig nice Es gibt eine Solo-Kampagne Die kann man auch Koop zocken Und es gibt PvP Alles was das Herz begehrt Und wie gesagt Tolle Animation Toller Sound Tolle Steuerung Und für 20 Euro alle Male wert Von daher Schaut's euch mal an Vielleicht ist es auch was für euch In diesem Sinne Danke fürs Zuschauen Und bis bald